Da war noch Oplock und so, aber... Du weißt, ob Oplock ne bessere... Den jetzt hat er zu testen. Trotzdem will ich testen. Digga... Ja, warte, ich spiel einfach. Warte, warte, öffnen los für Chaplet, bitte. Nein, ich hab doch kein Pack, glaub ich. Ich hab nur Trikots bekommen, Digga. Objekte behalten... Wie kann man Objekte behalten, einfach... R2, nein, R2. R2? Ja. Ja, okay. Hätte doch... Ah, nee... Bronzepack kostet 400. Aber wie viel kostet... Goldpack kostet 5000. Kriegt man eigentlich Points? Reine. Ein Points? Äh, nein. Du musst sie kaufen für 10 Euro. Ja, deines Bräußes, was ich dir gesagt hab. Ähm... Ich hab's dir gesagt, dir da gibt's auch nicht von dein aus. Ich guck mal, ob ich... Ich kann einfach... 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 Ich kann... Ich kann... Äh... Ich kann... Äh... Spielen. Ja... Ja... Aber nur durch Rivals. Ja, kannst du da umspielen. Und der hat mich auch nur geboten. Der wird nicht... Ja, Bruder... Ich muss jetzt gucken, ne? Äh... Ich glaube, ich werd eh verkacken. Squad Battles... Das Team ist auch nicht so gut jetzt, aber... Trotzdem... Der hat ne 63 Bewertung... ...und ne 20 Archeime... Uäh... Sollst du mal ein Bild von mein Team checken? Digga, du hatten... Der hat nur ein... Der hat nur einen... Der hat nur ein... Äh... Der hat nur einen Link... In dein Team. Magst du dem auch schon jetzt auch? Oh, Bruder... Bruder, ich musste alles... Ich hab... Ich hab nicht so viele Talena. Ich hab fast 9 Zeit... Kann ich mir die... ...wochentlichen Gelungen reinholen? ja die kann ich war drin ich muss nie so ein spaß die spiele ja ja dann muss ich mal peter aufsitz zugruppen ja dann hast du aber nur noch für neun tage für neun spiele meine ich nur so dass ja für neun spiele nur komm bitte aus mit den lutepads komm bitte enttäuscht mich nicht diesen untauschbar bitte er hat erster wort aus so schnell geht das noch kein deutschland so wie die so wie so wie ein so wie sony mann die so wie so wie man nicht Tudibali! Ah, GTA-Mensch, Alter! Oh, Händel! Ah, ich hab' mich doppelt! Ah, ich hab' mich doppelt! Ah, Junior! Dennis 2-Rotos, Alaba, Sané! Ich glaub's nicht! Kann ich von Ihnen gehen? Großkiller? Ich heiße nicht Großkiller! Ey, tipp den mal, Dennis! Was denn? Ich hab' die Fresseohlen, ey! Wer denn? Kein Warlord, kein Warlord, aber wenigstens... Na, du holst! Äh, ne! Äh, Götze, Alter! Scheiß Dortmunder! Ich hab' nur ein schlechtes Team! Äh, guter Dortmunder, guter Dortmunder! Hätt' ich mir lieber PSN geholt, Digga! Hätt' ich jetzt Packs geholt, Alter! Ach, kein Warlord! Oh, nee, Kulibari! Ach, Junge, das Spiel ist so armselig! Ey, ey, Fabi! Ich muss vielleicht was auch zeigen! Komm, ein Warlord noch! Nee, Digga, du Packs! Das ist schon wieder keiner! Ich hab' ein, ich hab' ein Warlord-Opte-Zone, den ganzen Päck, Alter! Der war sogar gut, dieser Spieler! Danni, wetten, du willst ihn jetzt äh... Nein, ich will den Dinn und zeigen! Von dem hier! Wie heißt der? Dinn und zeigen! Du weißt! Naja, Mané! Äh, Sani! Der wurde jetzt Mané gezogen! Bruder, Kulowali, Alter! Guck mal! Und Tosho! Kommts auch in dein Bayern! Ja! 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 He? Ich schwöre, Alter! Diese Lockerbleiben, Kattel, Alter! Wir haben einfach... Wir waren einfach länger auf dem Flur, als... Als wir Dinos gemacht haben Das Dienst, guck mal, keiner hat den Bock auf Lockerbleiben, Alter Und die, die Lehrer tun, die Lehrer tun so, ja, Leon, der ist so ausgerastet, der dumme Esel Warum rastet man so aus, Alter? Der soll mal froh sein, dass wir kein Lockerbleiben hatten, Alter Aber man ist so... Ah, ne, so, ne Ich auch, aber das Ding ist Der Lockerbleiben werfen Es war ja keiner Lockerbleiben Niemand Boah, Nura wollte es nicht Dieser, Dennis, hier, wie heißt er, du wolltest nicht, ich wollte nicht Marlon, der war auch schon so Er hat keinen Bock Weißt du? Keiner hat den Bock auf diese Scheiße Ich weiß Wer ist das? Marlon kann ja selber machen, ne Wenn das tut Dann Schon das tut Aber Für mich selber wohl Einzigtheorie ist nicht gut Ja, ich kann jetzt Wolter spielen, ich spiel's Wolter-Story Hä? Ich spiel jetzt Wolter-Story Ich weiß Ja Und jetzt, wo tut er denn nicht den? Gehen den Bocken Ey, dieser Moment doch, wenn ich, wenn ich das Wenn ich das Ist das gut? Ne Oh, Levan vorne 93 Tüsch, Alter 93 Tempo 94 Schuss Levan, das ist ja Was ist mit dir los? Hast du Schnaps gesoffen oder Warum hast du 490 Schuss? Sind die alle im Signal Iduna Part? Das sind, wenn die auch im Signal Iduna Part sind, dann feiere ich Boah, jetzt kann ich erstmal, ich kann mir das auf Talk Battles reinhauen Und dann muss ich durch Arrivals reinhauen, Alter Wenn ich PS Plus mal wieder bekomme O aprender Mon cultivation Number To 200 oder Boah, Wir Die Welt Ils Ce Was ist ja Ist ja Was ist ja Es ist ja so. Im Moment Vor allem Dein Der Im Und da Und dann kann auch sein Gemüsch spielen, ne? Ich weiß Danach kommt ja, äh, hier Danach kommt doch Köln und danach Berlin, oder nicht? Ja und danach kommt doch Berlin Zart und Nacht, oder jetzt heißt Okay Ich hab morgen das letzte vor dem Spiel Papa Ich fragte, wann der mal angemeldet wird Man, ne, ne, Entschuldigung Aus dem Squad-Battles-Modus Das dürfte eine hochinteressante begegnen werden, Buschi Ja, Ola, Ola, Erwini Wolter, glaube ich, zeigen Ich wette, mit der 200% er will Wolter zeigen Wette Dennis, willst du Wolter zeigen? Ich helfe nicht Hä? Ja, das stimmt Ja, musst du mal vornhören und so löschen, Alter Ja, du hast ja nur, du hast ja nur von deiner, hier, von deinem Bildschirm, du musst das Speicher löschen Das macht dir das Keeper so stark, dass das euch jetzt zählt Ich weiß ja nicht, hast du du zu Skins Da würde ich dein Speicherplatz nicht löschen, Alter Ich lösche mal Speicherplatz auf keinen Fall, Fortnite So lange bist du es noch nicht, äh Wenn das aufhört, lösche ich den Speicherplatz Also wenn Fortnite, wenn man da in Fortnite mehr spielen kann, lösche ich den Speicherplatz Aber wenn man, wenn man das Spiel noch spielen kann, dann lösche ich nicht den Speicherplatz Bei erstens, spielst du mal aus, wenn ich mal spiele Und zweitens, hast du kaputt meine ganzen Mein schwarzen Ritter und so Einfach so Und top in hier, wo am top in hier sein? Spielerdebü heute neu Ah, da Ja, da haben sie jetzt auch noch mal verstärkt heute das Debüt Da sind wir natürlich besonders gespannt Haha, Bidfurt WTF Wieso Bidfurt? Wieso Bidfurt? Wieso Bidfurt? Wieso haben wir denn die Schnauze lang? Wieso nicht mit dir? Ey, Dennis, tipp den mal, Alter Wenn du auf Mutterlesung verpist bist Ja, wir werden, wir werden erst mal älter Werd erst mal älter, bevor du redest Das war alles mal älter werden, bevor du redest, Alter Meine Mutter hat mir die ganze Zeit Tag begegnen, weil du das zerbinden hast, Alter Was Lauf hat der? Deine Mutter hat mir die ganze Zeit Tag begegnen, das gibt's gar nicht Du bist bestimmt so ein 7 Jahre altes Kind gewesen, sorry Dennis, aber du bist halt eine 7 Jahre Das war schlimm so 7 Jahre altes kleines Kind, der wieder dicker Eier haben wollte, Alter Hallo ist ein 10 Ja, aber ich muss Zwei, das sehen ist, du bist ja noch kleiner, was? Ne, Mutter Jüngling Ne, alles gut Ich mein, hier Dennis Ja, der, nur, ich, weil, nein, Dennis Weil Ja, Bruder, der ist noch kleiner als wir Der Szene Ja, hast du nicht den Schloss gesehen und dran reinkommen? Da, wo ist das Platz? Ja, wo ist das Platz? Ja, der kam von einer Reihung, hat meine Mutter beleidigt, deswegen Oh, ne, Sané Toulibaly Oh, mein Gott! Keine Ahnung, Spätfurt, hieß der Ah, den kenn ich Ja, der war drauf Die Abitur ist in unserer Schule? Wie heißt der Wer ist das? Boah, wenn ich den rausfinde, nicht? Schritt in den Schule, oder? Sensationell gehalten von Chesi Und das aus der fern Da heißt der Kipper ganz energie ist Herr Bruder, der hat sich so andere wie sie bereitet, das Kind, was man und Kinder warten, so Er sagt, er hat meine, äh Unterdiefen in der Frache Ey, Chessy, was soll das? Der, er, er, Chessy legt sich hin, er hält den ersten Ball und bleibt liegen So, da ist mir also das ein Scho, mal sehen, bis hier weiter geht Nee, der, ich hab nur gelacht, weil er Bigfoot ist Und er sagt, er lacht nicht Hö, ich füge deine Mutter, äh, ich hundere Ich hundere Was tut Alles gut Alles gut Du weißt, was ich, du weißt, was ich einfach nicht mehr hören kann, Digga Dieser Scheißlehrer, ey, seid mal ruhig Da kann ich gar nicht mehr hören, Alter, von den Lehrern Was denn jetzt, warum sollen wir ruhig sein, der? Wir dürfen noch nicht mehr, wir dürfen noch nicht mehr lachen Boah, was? Was war das für ein Tor? Boah, oh mein Gott